Also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, den Paradigmenwechselkongress mit Roswitha Petry anzuschauen. Es geht wirklich um Werte wie Ko-Kreation, Gemeinschaft, auch den Zusammenhang zwischen dem Individuum und auch der Gemeinschaft, also um das ganz große Wir. Und was kann jeder dazu beitragen, um aus seinen Möglichkeiten, aus seinem Schatz heraus zu schöpfen und der Welt gegenüber zu bringen. Und das ist das, was Roswitha Petry hier durch den Online-Kongress sehr stark verkörpert, verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, deswegen lege ich euch sehr den Online-Kongress zum Paradigmenwechsel ans Herz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017